Leute, das ist Jungle. Kebri. Kebri Jungle. Janus. Janus, Janus wird wahrscheinlich junglen. Wahrscheinlich das Spiel im Normalfall. Im Normalfall. Nachher ist das totaler Bro-Janus. Ich glaub nicht, der Türken ist ein Bro. Wurde ich davon gerade und spielt Janus ADC. Stimmt. Und Hachimann geht Jungle. Brutal, das ist der Incon. Top 10 ist, Alter. Aber das spielt er echt gut. Ja, das ist übelgut. Ja, das ist echt übelgut. Horrific Emblem. Wurde ich mehr Reinigung oder Blink? Keine Ahnung. Wurde ich gleich meinen Teddybären. Alter, schminkts aufm Rücken. Und jetzt musst du den Hate anhören, weil du hier kurz das gezeigt hast. Nein. Da ist er halt sich gleich rüber gepickt. Ja. Bei den Root haben wir jetzt gerade voll in die Gegner reingedasht. Beste, Alter. Wenn ich mich so vorstellen. Willst du den Root? Der ist voll rein, Alter. So voll gestört, Alter. Und dann hast du auch noch die falsche Ability geskillt. Da kannst du gar nichts in Wache. Steh ich drin und denkst du so. WTF, Alter. Der Cooldone ist lang. Da hat schon jemand was gecallt. Terra ist Solo. Boah, Cooldone ist mega lang von der 3. Muss mal gucken was die 1 hat in Cooldone. Bist du down? Nö, nö. Weg. Jetzt schon Lila noch abholen kann er. Ja. 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 Oh Gott, ich krieg wieder von der Kabel auf Gott. Oh Gott. Na hier Cyanus. Ihr könnt auch jetzt rechts reinkommen. Ich ignorier den einfach mal ganz fresh. Der ultet. Wow. Ja komm, komm, komm. Ah, der hat mich grad übel outbladed oder was? Oh lol. Nice. Alter Scheiß. Ult, Alter. Das Ding hat so, der hat mich gesaved. Hahaha. Richtig ekelhaft, Alter. Alter, Nubis muss wieder herkommen und das regeln oder was? Kommt der? Nö. Oh, Janus. Na, der Ernst schafft. Der Ding in Space. Ich geb ihn. Ich geb ihn. Oh shit, Alter. Pass auf, Kugelkart kommt. Alter, ich bin da. Safed out, Alter. Oh, oh, oh. Shit, Alter. Oh man, Alter. Der hattet dich. Hattet dich. Der Hattet von der Nubis. Ja. Ja, Kumba ist halt, keine Ahnung, ist halt nicht so ein kranker OP-Gott, der halt alles total krank umgenutzt. Aber der ist halt übel krank in Tieffalz nachher. Ja. Woll Level 9, greift die Zähne rein, Uwe. Yay! Komm hier, Damage-Camp, wir müssen farmen. Ach ne, dann ist wieder Arsch-Safe. Soll er holen, oh Gott. Du darfst den abtreiben direkt. Ich mach dann richtig ready für dich. Nein, ich hab zwei geultet. Wopaw! Alter, wer will denn da die ganze Zeit aufgeben? Müsste ich mit denen? Ich hab den Zoll! Ich hab grad noch ein paar mal auf den umfallenden Minion zugeschlagen. Was soll die Vision-Creeps machen, oder? Ja, der ist nicht da. Hm, klar, dass das haben wir so scheiß Schock-Szenen. Aaaaah! Ich hör das, der macht schon die ganzen Kämpfe an! Ich hab gedacht, du bist entstanden! Lass den ihre Kämpfe leerräumen. Oh Gott. Ich sterbe wahrscheinlich gleich später! Da ist nichts! Was ist hier? Lass weg, Alter, lass weg! Stun! Die hat Stun in die Fresse gekriegt, Alter. Alter, wo kommt der her? Okay, ich hab dich übel hart in den Tod gebaitet, Alter! Und dann einfach nur so wegrennt und dann noch so zuguckt, wie du stirbst! Richtig ekelhaft, Alter! Ich kann auch nichts machen, Alter! Das kämpft mir alle ums Eck, Alter! Das kämpft mir alle ums Eck, Alter! Was ist mit denen? Aber wenigstens habe ich vorher noch Eisdäger und so richtig ekelhaft langen Stunt. Wurscht mal Kämpfe dann Ecke gestunt, der steht gut, der stand immer noch! Der ist slow draußen. Schnappen. Der will dich schnappen. Vorbei gedasht! Alter! Oh nein. Oha. Oh, da kommt Janus! Oh, Janus! Essen, Essen, Essen! Meiner! Stun! Na! Mom, ich brauche Kritz! Alle! Weil ich was du willst! Blink! Hä? Oh nein! Stun! Stun! Damage! Alles! Easy peasy! Ah! Meiner! Shit, Alter! Oh fuck, Alter! Ah! Wieso blinkt grad eben? Ding auf die Runde und weggelaufen! Oh, Mann! Das ist ja nicht ein Glück, Mann! Best, Alter! Braucht dringend mehr Krit, Alter! Das kritet zu wenig! Vor allem grad eben auf Dingens! Auf Janus! Ja, Alter! Richtig so! Oh, der kommt! Und alle auf den drauf, Alter! So, jeder hat schon voll geil! Ja, ja! Ja! Ja, ja! So alle weg! Einfach! Von hier losgelassen! Und einfach auf Jadis gegangen, Alter! Ja, Mann! Oh, der kommt so! Holst du meinen Speed? Das ist übelreutig, das ist übelgut, Alter. Ich bin nur noch am zuschlagen, Alter. Oh, da hinten, ja. Alter, soll, Mann. Ich auch. Die machen deren Speed, glaube ich. Oh, da geht er von Nubis. Ja, hier. Oh, da geht mal rein. Alter, warte mal auf das Ding. Achso. Alter, was ist das für eine Scheiße, Alter. Warte, machen wir meine zwei? Wann macht der die nicht, wenn ich das will? Ich verstehe. Echt? Ja, aber wann? Voll spät irgendwie. Der Kepri pusht durch, was ist mit dem? Ich bin gerade auf dem falschen Gott geschlagen, Alter. Wird es noch was, oder? Muss ich dazukommen, umkreisen. Kann ich raus? Das soll tankt, oder was? Ich erste die umgibt, Alter. Ja, der ist mir so reporten. Das ist jetzt so behindert, Alter. Gern, setzt du dieses Scheiße-Spam, Alter. Das hasse ich. Matsch! Untertitelung des WDR 15.